und somit servus und hallo kommst du wieder am start mit diesem nervigen, nervigen abschnitt und es geht scheiße, das lustige sterben ja 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 Was hab denn ich für ein Aiming? Bitte schön, he? das gibt es nicht links rechts daneben oder was willst du mich verarschen mann links rechts daneben ich stelle mich an wie der letzte mensch das kann doch wohl nicht wahr sein ihr verdammte scheiße normal kann das denn so schwer sein diese figuren so hinten wegzumachen natürlich natürlich ja 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 warum schießt die dumme fotos nicht man WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 It's not over yet. More coming. Oh, crap. You can't win. I'm not getting up with that. There's no way out of this. Oh, man. Yeah, exactly. 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 No, no. Oh, goodness. That's it. Okay. Wichser, 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 Wichser. Nee, ernsthaft? Ich hab's geschafft. Ich hab's jetzt endlich geschafft. So, jetzt wird ja erstmal geguckt, ey, nach Waffen. Okay. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich hab's echt geschafft. Ich hätt' ja nicht dran geglaubt, aber okay. Äh, gucken wir mal, oder? Okay, hier we go. Ready? Oh, oder? Oh. Oh, hallo, Sir. Hello there. What is it? It's a letter. Signed by Avery. Really? Read it. My loyal subjects, as the sun sets on our glorious paradise, we must endeavor to preserve its riches. The traitorous two knows our secrets, so we must act quickly, destroy the dam, cleanse New Devon. Here we go. Uh huh. And move my treasure through the passage to my ship. Two and Avery turned on each other. Are you really surprised? I guess not. Here we go. Thanks. Let's go find that passage. Oh, schick eingerichtet. Oh, oh, oh. Äh. There's no more Footprints. They end here. Okay, so where did they go? Pirate Ghosts. Let's look around. Ähm. Das, was ihr gerade im Hintergrund hört, ist, äh, eine meiner Katzen, die Rolle hier ist. Ah. Sam's Leiter. Did he drop it? Yeah, on purpose. Whatever it is, we're looking for, has to be somewhere around here. There's gotta be another way out of this room. Maybe that passage, Avery mentioned in the letter. But where's the switch? Nate. Yeah. Did you find something? I think so. Whoa. Good thing they figured that out for us. How'd you do that? There's a bloody fingerprint right here where Libertalia should be, and I... pushed it. Nicely done. Warte mal, ich will aber hier noch kurz rumgucken. Vielleicht ist hier noch irgendwo was. This is amazing. What? What have you got there? It's a copy of the British Proclamation to apprehend Avery. It seems like he was proud of being the most wanted man in the world. I did. I will go to the world. Yeah, what a good point of view is better. I'm looking for it, but think so... Ooh, the right thing you're at home. What a good point of view is... What's going on... Where's going on? Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal runter, oder? Ja, vorsichtig, Nate. Ich bin ja echt... Fahne die Hände! Oh, sieht aus wie Avery sich selbst eine Panic-Cave hat. Ja, ich weiß, woher das geht. Das war's, heit. Guess we're gonna find out. This place doesn't look very stable. Yeah. Kaven. Hmm. That's a lot of footprints. Let's take this slow. Crap. There we go. Hmm. Oh-oh-oh-oh. My money's on Nadine's men. Don't use any excuse to use dynamite. It'd have to be pretty dumb to use it in here. Yeah, they're pretty dumb. Uh-oh. You bring any spare batteries? Yeah, yeah, but they're at the bottom of the ocean. I won't ask. I won't tell. No? Okay. Whoa, whoa, hold up. So, some kind of death trap? Uh, yeah. But Sam and the others somehow made it across. We just gotta follow their lead. Ugh. Uh-oh. 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 I'm just a little preoccupied with not blowing up right now. And... Unclench. Whew. Lena, look. Footprints stop here. They must have made it through and it collapsed behind them. Hmm. Hey. Just gonna move this out of the way here. Yeah. Oops. I have to find another way. Oh, no. Just hold on a little longer. Komm schon. Come on. Come on. Ich hab's das dumme Gefühl, dass wenn es nichts mehr angeht, ich von der Horde... Soldatenstree. Yes. Good idea. Come on. Come on, come on, come on. Of course you used it all up. Smoked like a goddamn chimney on the boat ride over. Relax. I brought some matches. You did? Of course. Die funktionieren noch. Here we go. Oh. Oh, sorry. Just one sec. Hello? Over here. Oh, that's my head. Shit. Over here. Thanks. Nice. Glad you came prepared. Somebody had to. Come on. Let's find a way forward. Nice romantic lighting, huh? You have a funny idea of romantic. Yes, I do. Okay, but... Where is it? Where is it? Where is it? Where is it? Ah. Oh. Hey, this looks promising. Boost you up? Yeah. Come on. Okay, here we go. Okay. Come on up. Okay. Thanks. Watch your head. Yeah. Yeah. Ok, there goes no longer. Careful. Whoa. What the hell is this? Das ist...Kreepierst! Ich habe die Hand von mir geschra geraumt. Das ist nicht cruise. Das ist nicht gesund. Tun wir hier raus. Woaaau- Ja. Hey, look. Avery hat ein paar Gibbets left. Gibbets. What? Es ist pronounced Gibbets. N-N-Are you sure? Ja. Well, no one likes to know at all. Gibbets. Warte mal, ich will aber trotzdem mal kurz in den anderen Gang gucken. Dead End. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Wait, is that a mummy? I will do it. You okay? I think so. What was that? Trap. Avery really didn't want any trespassers down here. All right, watch your step. Me? You're the one that stepped on it. Fine. Watch my step. Oh. Oh. Oh, hell. God damn it. Are you okay? Yeah, so far so good. Maybe I'll just stay a little ways back. Yeah. Okay, ne, die explodieren anscheinend nicht. Oh, fuck. You okay? Yeah. Well, now we know what caused the explosion we heard earlier. No wonder so many parts of this passage have caved in. Natürlich. Okay. In here. How do you know it's a shortcut? I'm trying to be optimistic here. All right. Jesus. The whole body now. What was that for a crazy bastard, man? Avery has decorated this chamber too. More human mobiles. You see what? Okay. I'm going down. Thank you, Pikachu. This is hard to get it against me. If you hit the Wananda, I will hit the Wananda's for you. Wir sind noch mal an den Weg. Great. Nicht explodieren, okay? Also ich würde ja mal sagen, durchrennen ist die Devise. Oh, 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 oh. Oh, das kann nicht so gesund sein. Nate, bist du okay? Okay, ich bin okay. Ich wünsche mir einen Geist. Ich bin ich? Nate, beiget ihr? Ja. Ja, Avery ist all egyptischer, aber diese Mummification war nicht, du weißt, involuntär. Ja, aber hier geht's jetzt nicht. Hier geht's nicht weiter, oder? Oder sehe ich was? Hoch geht's nicht. Oh, blaues Licht. Ja, aber wie komme ich da hoch? Hey, ich weiß, dass diese Leute nicht aufzunehmen. Die sind aber noch nicht so lange tot, glaube ich. Ja, Mäuschen, warum schießt du denn nicht zurück? Ja, Mäuschen! Oh, shit! Was ist das? 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 Vixer Warte mal Ich nehme aber lieber die Uzi jetzt mit Nein Nein Mal lieber so die Kombi Was ist das? Was ist das? Was ist das? Warte mal an Ich bin Warte mal an Ich bin Ich bin Warte mal an Warte mal an Ich nehme die Copperhead mit. Ja, aber hier wesentlich mehr Munition davon. Woah! Ich bin der Nächte. Oh, Jesus. Kommt der von hinten? Willst du mich verdammt nochmal verarschen? Oh, Jesus. Äh, kann grad nicht. Okay. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, 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 nein. Non, 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 non. Was ist das? Wow. Wow. Okay. Alles klar, okay. Okay. Das ist jetzt ein bisschen blöd, glaube ich. Okay. Ist das gewollt, dass ich keine Entdeckung habe? Ja. Okay. 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 Jetzt würde ich aber auch sagen, 40 Minuten sind es mittlerweile wieder rum. Ich sage mal danke fürs Zuschauen. Es war diesmal wirklich actionreich. Und ja, ich hoffe, man sieht sich in der nächsten Folge. In diesem Sinne bleibt sauber, haut rein und ich bin raus. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.